Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Update raus, Killer raus, Map raus, was weiß ich, Sven ist immer noch da, DVD heute wieder am Start, wir gucken mal Runde 2 für uns, ob wir jetzt erfolgreicher sind mit Killer, Map und so weiter, solltet ihr irgendwas davon kriegen, habt ihr es eh schon vermutlich gesehen, also werdet ihr einfach so machen, dass es auf jeden Fall ist, ihr das neueste dann auf jeden Fall sehen werdet, dann wird alles andere dahinter kommen, ne, das heißt wir, ihr könnt euch noch an unserem Leid ergötzen, wow, und DVD lädt voll schnell, weil die Leute jetzt alle da sind und so spielen wie aktiv gerade gespielt werden, wegen dem neuen Update, das gefällt mir nicht, das ist furchtbar, die guten Zeiten waren, du kannst Play drücken, eine halbe Stunde kacken gehen und dann wird es gerade fertig, und dann kannst du spielen, jetzt ist es, ne, das macht mir Angst Ne, mir nicht Ich hab nur Angst, dass sie die neuen Kinder nicht kriegen Jawohl, Neue mehr! Das ist ja mein, hoffentlich hätte ich eine schöne Woche Roadshow, das war auch cool, hoffe ich, für euch Ich kann so ein richtig krass und viel Westermap Westermap Ich bin jetzt für Klavier Ach, du bist, äh, ich bin quasi, wenn du rauskissst aus dem Saloon, Haupteingang, ja, rechts davon, rechts, komplett rechts lang an dem Galgen vorbei, dahinter bin ich Haupteingang ist in der Ecke, ne? Ja, dieser Ecke, der auf die Hauptstraße quasi führt Ja, aber dann kommt halt Was, du was noch auf mich führst? Eine wunderschöne Axtlady, mhm, hast du verkackt, oh Mama? Das kackt auch mal hart, mhm Wie sind denn Axtlady? Eine wunderschöne Axtfrau, die mir herläuft, warum ich begann möchte Wow, die hat mich fast getroffen Habe ich alles richtig gemacht Habe ich alles richtig gemacht Haste mich nicht auf dich gelenkt? Oh, das ist richtig Alles richtig gemacht, Leute Lass ein Like dafür Waaah Mann, du lauf wirklich hinter dir Hey, warte, mach, lass Huuu 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 Was ist denn? Ich glaube, die hat keine Extlady mehr Ne, das war mir vorbei geworfen Oder 3 Fies Ne, 2 Krikke Krikke Also, 3 habe ich fast gesehen Ah Die hat die abgeschmiert Die Alte kann ich mal Die ist verletzt, dass man noch Was wären wir bei den Kindern und Verwandten Trotzdem ist noch kein Genfellig Du hast die einfach ein Jahr abgeschmiert Ich habe die abgeschmiert Du wolltest unbedingt besuchen Nur 3 Hier was zuerst was Unsere Team ist da schon geworfen Kann ich bleiben Geschraft Heißt die Und jetzt ist genauert Kann sein Jakob Lotte zum Das wer Das ist ja richtig ist z.B. Platz 18 David Ere現在 Vögel Vögelcontin er sieht ok er weiß nicht wo du bist und wo die Körner ist und einer Worten der Kopfschmerz über auf die Wien abzuschmieren wenn die Löffel weg abtätig ich sehe ich kaufen er ist geile gewisse da muss ich hingehören besuchte ich mal eben auch da läuft sogar ein Häublein durch die Gegens und Häublechel vorgelegt oh hallo Cowboy oh hi Cowboy, wo ist er? oh hier, Kinder läuft da oben da sollte man eine geile Spur zeigen oh ja, komm her rechter Stelle, kann ich besonders die Kinderin ist voll überfordert, ich glaub die hat das aber jetzt gesehen ich will sie jetzt in deinem Einsatz her wow, die kann ja hochwerfen die kann ja einen Wurf werfen die kann hochwerfen hab ich gesagt oh ja, mhm, mhm, schön aufhörert oh oh, oh oh, die hat wieder drei Stück geworfen a plane Sven, a plane a plane war auch schon mal krasser von ihnen läuft wieder hinter dir her du weißt noch wo du bist läuft wieder jetzt auch hinterher jetzt ist die JETZT Y drin ich bin draußen ja, die ist immer noch du hast ja abgehängt versteck dich in irgendeiner Ecke warte kurz die ist oben okay, ich bin draußen ich bin bei den verletzten die guckt mich an die guckt mich an na 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 billy bleib stehen ich rette dich ich hab's uns wieder nicht getroffen billy billy, zeig mir dein billybrunst billy, jetzt lass mich nicht anfassen schon wieder billy, ich hab Peile in der Hände jetzt bleib doch versteck die hat Sex extra mir schon vorbeigebunden die Kacke sorry Leute, aber gesellig ich hab den Gen gleich fertig jungs ja, toll ich darf billy nicht heilen ich hab die Killerin verjagt ah ne, hab ich doch nicht die kommt mir das andere oh 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 voll gemacht billy toll, toll gemacht was toll gemacht billy was billy? ich heiße ja nick nee, billy hat toll gemacht hab ich einfach den Haar gemacht haha, wie geil ach billy hängt billy hängt jetzt ja, der hat sich im Schrank versteckt weißt du der Lutscher weißt du ich durfte ihn nicht anfassen du durfst den gestrampfen können wir nicht spüren oder was nee, leider nicht und dann macht den Genny mit mir oh, der Camp ist oh ich krieg sonst keinen hin das ist mir zu schwer ja Mama Mama in Axtzwerfen geht gar nicht das ist so krass das muss gebuff werden du bist doch ein Lutscher bist du, oder? der läuft gerade auf dich so was? ihr guckt doch mal im Schrank und ich bin im Gebuss haha, ihr seht das wo bist du denn? ach da was heißt ach da da bist du auf dem Balkon, ne? wo ist denn der vierte? billy, ich kannte dich renn ach du Junge der nächste lässt sich hängen komm billy hier einen Tag der nächste kommt sie kommt jetzt mit dem nächsten gleich erhaken schlimm ey ich bin der einzige der macht hier what the fuck hä, wieso haben wir, hä? ich bin auf dem in eure Richtung ich bin verwirrt oder billy keine ahnung ich weiß nicht ich seh nur einfach nur ich hab irgendwie so'n Rabel um mich herum obwohl ich die ganze Zeit was gemacht ne, wenn du auf einer Stelle lange hängst dann kommt der afkarrabe ja, aber da war ich ja gar nicht doch ich hab noch billy gerettet und bin weggerannt und auf einmal kam der ja wenn du dann eine Weile Franz Oh, der hat schon wieder eine Axt an mir vorbeigeworfen beigeworfen Janik am Killermob Zehnte Axt, zweistellig Ich mach gleich mal dritten Gen, also Gen Die Kämpfer hat ab Ja Ich hab nur mal kleinen Bindi, wo ihr geletten könnt Oh, die hat wieder Axte geholt Äh, Axte Billy Boy Komm her, du da Billy Boy, Billy, warte Billy, Billy, lass mich nicht anpassen Oh mein, komm her Billy Ja, komm Komm her Komm her Oh, Billy, jetzt wirst du erstmal geheilt Also sie geht da, sie kommt immer zu mir Also sie war da, wo ihr gerade wart Im Übrigen Ja, jetzt muss Billy erstmal geheilt werden Ich würde ihn unbedingt anfassen Sie kommen jetzt so in eure Richtung, tatsächlich Sie kommt zu euch, quasi Beim Wassertum ist sie fast Sie sind beim Wassertum Ja Okay, sie hat mir eine verpasst Das ist wie Vom Camperboy, oder was Ja, oh Sie hat mich auch Play gehabt, also Oh Das ist geradezu Oh 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 Mit dem Haus, oder wo Nee Da bei diesen Galgen Ja Auf der Straße Ah, okay Hauptstraße, oder dahinter Äh, direkt wenn du runter springst Da wo ich das erstmal runter gesprungen will Weiß das noch wohl das war Also bei der Hauptstraße die Richtung Ich kann dir gleich noch zeigen Ja Ich hab dir gerade aufgeschüttelt Aufgeschüttelt Abgeschüttelt Richtig Der hat mich wieder Swain Warum ist die so schnell? Oh Es ist zu schnell, bist du zu langsam? Du steh Ah, sieh, blöde Axt Was die ganze Zeit, als ich mich treffe, war das bei mir auf einmal Oh, ich hab meine auch fast fertig gehabt Was für das aber Das ist aber frech Och, ne Ach, das ist das Ding, ne Keine Ahnung, oder wo, was ist jetzt Ah, ratte mich Ja, wenn du nix sagst Auf der anderen Seite, du ne Ja, hier, Matros ist bei dir Vielleicht macht er ja was Hör auf, du blöde Kuh Kämpfer VC, oder was? Ja, die haupt mich sogar die ganze Zeit Was, wer kriegt eine schlechte Bewertung? Mach was Das kriegt man richtig hart ab Die finde ich die Bewegungstasten ja gar nicht Wer ist der Wer ist der Allah? Das wird schwierig Komm, ich rette mich jetzt einmal Okay, doch nicht Das ist doch kack ist das doch Sie rennt weg, sie kommt Ja Komm zu mir, eine andere kannst du jetzt nutzen Billy, jetzt rette ich mich doch Billy 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 Ich hab dich geheilt Ich hab mich angefasst Ja, sie ist wieder bei dir und kämpft Billy, ich hab mich an schönen Stellen berührt Oh, sie liefst du Billy? Ja, jetzt rennt Billy AfKar Billy, weißt du? AfKar Billy, hätt ich mich retten können Na, okay, geh Sven Auf deiner Straße ist die Luke Auf deiner Straße ist die Luke Ja, ich hab den Ausgang schon aufgemacht Ja, ich hab den Ausgang schon aufgemacht Schade, Sven, schade Ey, das ist doch echt fotzig, ist das doch alter Ganz ehrlich Ja, wenn der Killer nix kann Ja, ein Killer alter ey Ja, was hab du gesehen, die fotzig Ich schreib dir den Killer, der zu Hurensohn, alter Ganz ehrlich Ohne scheiße, der Badeller hat das schneidest du Du musst ja ganz ehrlich Was? Der Badeller hat das so schneiden Nichts hat dir das nicht Nee, ist doch kacke sowas Äh, erste Runde Weißt du, Billy, rette Ich weiß doch, ich hab Billy an Bestimmt, stell mir leid Nein, stell mir, lass doch die neue Map Pfff Entweder gab's letztes Mal den Killer oder beim nächsten Mal Schauen wir mal, ob wir den überhaupt kriegen Wenn wir den noch nicht gesehen haben Totaler Camper Wenn ihr den Killer noch nicht gesehen habt Dann bist du auf jeden Fall Den haben wir nicht gekriegt Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal Da haben wir uns da rein, ciao 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 Bis zum nächsten Mal.